Seit vielen Monaten fiebern die Turner am Juni entgegen. Dann findet nämlich in Biel und in Magglingen das eidgenössische Turnfest statt. Ein Anlass, den es nur alle fünf Jahre gibt. Für alle Kunstturner darum ein Höhepunkt. Kevin Rossi vom BTV Luzern ist momentan der einzige Zentralschweizer im Nationalkader und gerade für seine Zukunft im Spitzensport ist das eidgenössische Turnfest sehr wichtig. Magglingen hier trainiert und lebt Kevin Rossi. Sein Büro in Anführungszeichen ist die Jubiläumshalle. Ein Ort, den Luzerner jeden Quadratmeter kennt, jedes Gerät schon zeitfach benutzt hat. Der Umfang ist so um die 28 Stunden Training in der Woche, zehn Trainingseinheiten, zum Teil zweifasig und auch eine Phase am Donnerstag und Samstag. Der 23-Jährige ist ein Spezialist für den Mehrkampf. Früher hat er geshootet mit Kunsturnen, aber gelingt ihm der Sprung ins Nationalkader. Hier will er sich beispielsweise für die Olympischen Spiele in drei Jahren aufdrängen. Aber der Kampf um einen Platz im Kader ist hart. Das bestätigt auch der Nationaltrainer Bernhard Pflück. Jeder Athlet muss sich natürlich immer wieder neu bestätigen, von Jahr zu Jahr bzw. von halbjahr zu halbjahr. Und am Schluss zählen die Resultate. Und er ist jetzt nicht gerade der, der man sagen kann, er ist Nummer eins, zwei, drei. Er kämpft schon immer ums Sein oder Nichtsein. So schaut Kevin Rossi bei jeder Übung auf jedes Detail. Die ganze Halle ist mit Videokameras ausgestattet, alles wird genau analysiert. Auch ein einziger Zentralschweizer Kunsturner im Nationalkader ist bewusst, wie genau er unter Beobachtung steht. Ja, das ist ja so. Ich bin nie der, der es einfach hatte, um alles reinzukommen oder drinnen zu bleiben. Ich gebe immer mein Bestes und schaue, wie es am Ende des Jahres aussieht. Und darum ist nicht nur sein Saisonziel, die Universiaden im Juli wichtig. Vor allem am eidgenössischen Turnfest vor seiner Haustür in Biel könnte er wertvolle Werbung in eigener Sache machen. Schliessli soll die Türen für Olympia 2016 offen bleiben. Er kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Wettkampf läuft und alles Konkurrenz macht. Aber so ein Top 5, in der Tat, strebe ich schon an. Mit Juni ist Kevin Rossi beim eidgenössischen Turnfest dann im Einsatz.